25. Oktober 2018 15.58 Uhr KFC Uerdingen wird vom DFB zur Kasse gebeten Drittliga-Aufsteiger KFC Uerdingen ist vom Sportgericht des Deutschen Fußballbundes wegen Fehlverhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro belegt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Bis zu 3.300 Euro davon können die Krefelder für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Mai 2019 nachzuweisen wäre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017